Es gab immer nur meine Mom und mich. Meine Familie zu haben, ist das, was ich wirklich will. Das gibt's ja nicht. Ich hab einen Cousin. Das ist der weißeste Mann, den ich je gesehen hab. Er will sich mit mir treffen. Weißt du, meine Mutter wollte immer mit mir nach England, damit ich was über unsere Familiengeschichte lerne. Es steht bald eine große Hochzeitsfeier an. Du solltest kommen. Ist das dein Ernst? Wow, das ist unglaublich. Ich glaube, sie ist einer unserer wichtigen Gäste. Evie, das ist ein enger Freund der Familie, Walter de Vil. Ah, hi. Hi. Ich freue mich darauf, dich besser kennenzulernen, Evie. Was machen die da unten? Miss, sie sollten wieder auf ihr Zimmer gehen. Welcher ist der Bräutigam? Der Bräutigam und seine Braut haben morgen ihren großen Auftritt. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mich alle anstarren. Kannst du sie ihn verübeln? Du und Walter, ihr seid euch anscheinend sehr nahe gekommen. Ich bin neugierig. Was erzählte dir über uns? Lass mal sehen. Da ist sie. Wo sind Braut und Bräutigam? Wie ihr alle wisst, hat jemand an diesem Tisch gefehlt. Aber dieser einst zerbrochene Bund wird heute Abend erneuert. Auf Evie, unsere neue Braut. Ich will nach Hause. Aber das ist dein Zuhause. Bereitet sie vor. Helfen Sie mir, bitte! Hier, ihr Liebes. Hallo, hier ist Mr. Harker. Hier ist eine junge Dame, die sehr verstört wirkt. Ihre auxiliary Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er Teachers